rechts abbiegen wann ist er womöglich stellen wow hier geht aber oder diese bremst ich habe nicht ja ich habe auch gebremst ja herzlich willkommen bei koge mit lkw trucker mit meiner süßen freunde die immer noch am handy hängt es muss ja mal weitergehen hier langsam langsam aber sicher sage ich meine ich bin ja richtig was heißt er stand ich weiß war aber da schaffen wir schon es geht voran aber so du hast schwarz frau mit der handy meine güte okay spuren und sind voll dabei voll dabei was willst du von da geradeaus geradeaus sagen ich gehe nicht heller die rechte spure benutzen mache ich rechts abbiegen wann ist er womöglich stellen wow hier gibt es aber oder wieso bremst die karte nicht ja ich habe auch gebremst ich habe doch gebremst ja ja gefegt hast du ne ja 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 Toll, jetzt häng ich hier am Rasenfest, das ist ja echt. Schaden 4% ist mir doch egal. Besser als Rennungsdienst, so weiter geht's jetzt. Ach, da liegt Müll. Ich dachte mir, ich da auch nicht schräge, Müll. Hm, da geht's weiter. Hat nur dein Vater vor mir. Ich fahre hier auf der Strecke. Wann komm ich an? 5 Uhr morgens, alles klar Jungs. 5 Uhr morgens bin ich da und der wird hier entladen. Hier wackelt auch alles. Wann geht denn die Sonne auf? Ach, guck mal, Brüssel. Da geht's nach Brüssel rechts runter. Aber wollen wir nach Brüssel? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen hier links rum fahren. Stimmt, wir wollen nach Kalassians, Kalias. Na gut, kriegen wir hin. Und dann gehen wir ja schwimmen. What? 64? Okay. 370. Kein Problem. Für morgen wird hier noch nicht geblitzt. Oh. Guck mal, die Städte, das leuchtet so schön alles. Oh man. Romantisch. Uhuhuhu. Die Paaren hier. Ich muss schnell dahin, die Ware ist wichtig. Ja, die Ware ist wichtig. Fahr an der Küste, kann das sein? Hm. Au. Herr Kollege, Sie fahren zu langsam. Herr Kollege. Sie müssen schneller fahren. Hallo. Uhuhu. Jaja. Herr Kollege. Zweieinhalb Stunden. 100. Ja. 100 fahre ich jetzt. Cool. Ah. Ah. Klasse. Ich hab Schweine-Schweine wohl geladen, glaub ich, ne? Glaub ich. Ha. Oh. Großstadt. Oh, ich hab viel Verkehr. Ha. Ja, ist ja gut. Wollen wir mal da rechts. Der fährt doch meine Spur da kleiner. Der kleine sagt da ja. Ha. Echt schon aufregend, ne? Echt schon aufregend, ne? Echt schon aufregend, das Spiel. Mann, 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 Mann. Wie. Oh, Schnecke. 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 Du und dein Handy. So, ich muss vorbei. Die rechte Spur benutzen. Dann will ich ja. Rechts abbiegen. Aber ich muss ja eigentlich den Bus noch überholen. Ach da. Rechts abbiegen. So. DFT Logistik. So, weiter geht's. Rechte Spur hab ich. Hallo. Hallo, Herr Fahrer. Was fahren die denn großes? Huch. Mann, 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 Mann. Und so, ich muss nicht die Ruhe sein. Ein größeres Auto. Ein anderes Auto. Ich brauch mehr Knie, der Alter. Das geht ja gar nicht. So, Handy mal neben der Hand? War ich wirklich? Nein, war ich nicht. Huch. 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 ja ich muss dahin a25 in frankreich willkommen in frankreich eigentlich muss ich nach paris fahren und den eifelturm angucken geht das überhaupt eine mission nach frankreich oder glasch mich alle jahres paris normal bin ich paris da ist brüssel das ich habe frankreich mit dann muss ich aufdrehen wenn ich hab in paris habe ich gar nicht aber hier ist gut verkehr jetzt ne also muss ich klar ist leer und langweilig und mein kaffee ist alle soll jetzt hier vier stunden fahren eine stunde erfahren ohne kaffee aber da keine absicht ich finde mich so was bände machen zu beendigung des beendigungs und beendigungs ja 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 was war das ich bin noch gar nicht live aber trotzdem Dankeschön ich wurde offline abonniert oh Gott wie wird das denn gemacht ich sage ich bin jetzt live das geht ja gar nicht man hat die rechte Spur benutzen ja mache ich mache ich rechte Spur benutzen 35 Minuten bin ich da 4 und 39 ja 20 Minuten vor meiner Zeit das ist doch was ich wollte ausfahrt rechts nehmen hoppala leibkange mitgenommen aber nicht schlimm nicht schlimm nicht schlimm nicht schlimm rechts geht da paris und links nach da wo ich hin will ok so eine 22 minuten ich weiß nicht was ihr macht aber ich muss gas geben aber schon kurvenreich hier aber egal wir schaffen das locker flock um die kurve ich bin ein ich bin ein ich bin ein oh 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 yeah hmm hmm lalalala hier ist 80 ist doch kein Problem ich fahr doch auch 80 ich habe eine rechte Spur geht nimm im kreisverkehr die zweite ausfahrt ich bin zu schlecht gefahren ok wollte ich nicht schuldigung die ausfahrt nehmen hab ich da war doch 80 erlaubt verstehe ich jetzt nicht verstehe ich jetzt gar nicht ganz und gar nicht die rechte Spur benutzen danach rechts abbiegen ha keine Zeit ruhen herr am blöden ha die Navigation wird fortgesetzt ja da wird fortgesetzt sorry die rechte Spur benutzen danach rechts abbiegen oh kepper haben darüber rechts abbiegen ähm ach da ist er entschuldigung ich muss mal kurz hier ja 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 die Navigation wird fortgesetzt ja 3 war Jobcenter komm mal Arbeitsamt hallo dann danach rechts abbiegen machen wir rechts abbiegen ok 80 die rechte Spur benutzen die rechte Spur benutzen danach rechts abbiegen wieder rechts abbiegen bringen wir hin rechts abbiegen man hab ich ein geradeaus geradeaus geht das nach 200 Metern links abbiegen links abbiegen ein MR Händler danach rechts abbiegen mit der Handbremse ha rechts abbiegen mit Handbremse du hast das Ziel erreicht ich hab das Ziel erreicht geil wollen wir das mal einpacken nochmal ne ok dadurch rückwärts einpacken kein Thema machen wir ok ok oh 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 hallo ich hab doch was macht der konke da schon wieder der konke zerstört den lkw wie er zerstört ja das ja 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 jetzt geht das ausgezeichnet ja gott nicht gut haben wir nicht den action an links abbiegen nach 200 metern rechts abbiegen rechts abbiegen danach die rechte spur benutzen ja ja rami war weg du hast das ziel erreicht fahrzeug wartung reparatur so eine lackierung gucken aber in die wenn ich mich nicht nirgendwo und aktivieren und dann muss ich hier ok wir händler mal gucken mod händler herstellerangebote zum mod händler online bündigen level ist auch doof garage manager aufrüsten das geht langsam bergauf ja gut das war es einfach wieder on tour bis dann